Da sind wir wieder auf YouTube, aber auch irgendwie auf Twitch. Einfach mal ganz schnell auf Twitch vorbeischauen, dort könnt ihr uns finden. Mit dabei natürlich Pfälzer. Natürlich, wer denn sonst? Ich spiele meine allererste Runde als König Rathor. Nicht gelevelt, gar nichts. König Keystraw, jetzt am Start. Hier spielst du die Heilerin, ne? Level 12 schon. Safe. Ich unterstütze dich, Bro. In jeder Situation. Ich heil dich, wann du's brauchst. Der sieht aus wie ein Lackaffe, sagt der Chat. Ich weiß ja nicht. Was? Das ist doch ein hübscher Boy. Arthur oder Arthus? Wie nennst du ihn? Arthus. König Keystraw spielt einfach mal wieder sich selbst. Ja. Schuldig. Guck mal, da ist Jones Mama. Süß. Süß, ne? Ich weiß gar nicht, was meine Fähigkeit ist. Ich glaube, ich kann mein Schwert zum Strahlen bringen. Ach ja, und ich starte immer mit meinem Schwert. Ich kann auch mein Schwert zum Strahlen bringen, ey. Ich brauche dafür aber keine Potenzmittel. Bei mir strahlt es so ganz herum. Ja, das geht noch. Ja, 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 ja. Auch bei den alten Faltigen? Hier ein überrasierter Speer. Den hab ich auch manchmal. Okay, der ist so ein Allrounder. Ich sehe gerade, der kann alles so relativ gleichmäßig leveln. So, mal sehen, ob wir wieder so ein enormes Kistenglück haben. Wo müssen wir denn hin? Harrys Haus, sag ich bin ja schon dort. Ja, dann, du darfst. Ich bin ja schon dort. Ich loot mal unten drunter ein bisschen. Ich hab für mich gar nichts. Hier, Limo. Streichhölzer. Oh, Zombies von hinten. Alter, mach dir ein Damage, der Boy. Ja, diesen... Hier kann man gar nichts looten. Mach der ein Damage. Und er startet halt direkt mit dem Schwert. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Was ist das für eine Klasse dann? Der ist Anführer. Ne, ne, ich mein, äh, auch vom Schwert. Was ist das? Normal? Gewöhnlich? Gewöhnlich. Vielleicht kannst du bestimmt leveln, aber es ist gewöhnlich. Okay. Ja, ich mein... Okay, ich hab bis jetzt noch keine Karte gefunden. Der Baseballschläger ist auch richtig strong. Mit den Nägeln? Ja. Der ist richtig gut. Hab ich so gerne mal den Dolch von dir davon haben. Donderbüchse hab ich. Gar nicht. Die ist eigentlich auch gar nicht mal so kacke, die Donderbüchse. Wie ist die Groves? Was ist das denn? Ach, recht von euch, okay. Ganz schön großflächig, das Gebiet. Ja, es kommen jetzt bald... Es soll nicht mehr lange dauern, dann kommt schon eine neue Karte. Bin ich mal gespannt. Weil an sich... Ich mag das Spiel echt gerne. Ich würde da echt gerne mehr zu sehen. Ich find's interessant, dass es doch ne Fangemeinde hat. Ich dachte wirklich... Jetzt hab ich da so ein bisschen Pause gehabt. Zwangspause und ich dachte wirklich, es wäre tot. So, wo müssen wir hin? Ähm... Das ist schon... Wie so manche andere Games. Hat viel Potenzial, aber ja. Wo es durchzieht. Wo ist das denn nach hier drüben? Ja, es ist halt... Ne? Das alte Lied. Das ist wie hier Hood. Ja. Outlaws. Ja. Viel Potenzial und andere... Das hat auch richtig Spaß gemacht, das Spiel. Ja, natürlich. Ich würde es auch nochmal spielen. Ja. Aber ich glaub, das spielt halt niemand, ne? Naja, absolut gar nix mehr, ich glaub ich. Kann man das überhaupt noch online spielen? Das ist aber schon runtergefallen. Ja, ich hab nämlich irgendwie gesehen, die haben Updates gemacht. Ich glaub, es ist ein Single-Player-Updates. Boah, hier ist so viel Schrott. Ich hab noch keine einzige Kiste gefunden, oder du? Doch, und blaue Karte. Was? Ich komm nicht zum Looten. Und Schwer. Nice. Äh, die Stimme hat er. Ich hab eine einzige Kiste, ich weiß gerade hier. Zum nächsten Kartenteil. Ja doch, eine Kiste hab ich gefunden, stimmt. Ich hab eine Sache, glaub ich, gelevelt. So, hier soll die Karte sein, dann let's go. Okay. Can't go. Ich kann mir vorstellen, das ist ein richtig stronger Damage-Damage-Dialer. Evil Dead hat keinen Battle Pass. Ja, hat nichts, ne? Vielleicht kommt's ja noch. Ja, es fehlt einfach auch so kosmetische Sachen. Mehr Skins. Skins für Items, man könnte so viel machen. Ist halt dran, klatschen, sonst gehen da viele wieder verloren, ne? Also viele Spieler. Das ist es halt. Hä, wo soll denn da was sein? Ich bin so lieb, dass die Zombies hier warten, bis ich die Finisher fertig gemacht hab. Ey. Ich weiß nicht, wo hier eine Karte sein soll. Da hinten ist ja gar nichts. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Also der Gegner spawnt hier schon mal bei mir. Aber wie gesagt, hier ist nichts. Ich metzle hier alles weg, aber hier ist nichts. Au, 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 au. Au, 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 au. Er versucht mich hier gerade zusammenzulegen. Dann haut er alles raus, der Dude. Eine Billigkiste gefunden, Sägeblattwerfer, aber sonst... Ich finde das Kartenfragment nicht. Ich hab was in der Hose für dich. Keiner bei dir? Von unseren Mates? Äh, nee. Smoke Nade, dankeschön. Wirst du doch einen Hausy looten. Dann komm ich. Eigentlich, ähm, hab ich mal gelesen, dass der Loot am besten ist in den Orten, wo die Karte ist. Also wo die Objectives sind. Ah. Soll der beste Loot sein. Okay. Legenden zufolge. Legenden zufolge. Aber ich hab keine Ahnung, hier ist ja nichts. Keine Ahnung, wo hier ein Kartenfragment sein soll. Ich kann gleich mit dem Auto geschehen. Gleicher, Beiliger. Hier sind nur massenweise Dämonen. Soul Reaper, was geht's? Soul, was? Wirst du dir Sniper Elite 5 holen? Ich hab bei dir ein bisschen reingeguckt schon. Gibt's schon gut, ne? Gibt's auch Multiplayern, ne? Korb, ne? Ja, Korb gibt's auch. Multiplayer gibt's. Mhm. Ist eigentlich schon witzig. Das ist geil. Das ist ja so, die anderen Teile hätte man gezockt haben. Ich fände alle gut. Hätte schon Bock auf Multiplayer. Ist halt so ein... Das ist klar, dann let's go. Gibt's dann mit diesen Cutscenes, kriegst du die dann pro Person oder wie? Wie meinst du Cutscenes? Achso, du meinst diese... Ja, ja, kriegst du pro Person. Ah, okay. Kannst auch einstellen, wie viel davon haben willst und so. Ah, okay, nice. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo im Friedhof. Oh, der ist direkt hier. Ich hab's den. Dann schock ich mal rüber zur Seite. Dankeschön, Toxic, für diesen ultimativen, köstlichen, schmöstlichen, megageilen Sub. Mhm. Was zur Seite bist du? Ja, ich bin on the way to the page. Ja, das ist echt groß. Bams, hierherum. Also ich muss sagen, der König, der gefällt mir. Der ist echt strong. Ich glaub, der ist ein richtig guter Fighter. Ich hab noch nicht die ultimative Fähigkeit getestet. Da kann er hier noch sein Schwert buffen. Ja, das, was du gesagt hast. So wie bei Game of Thrones, wenn er hier das Ding so mit Flammen voll gemacht hat. Ja, hier kann man auch so ein magisches Zauberschwert. Das ist ja mein Excalibur. Excalibur. Aber Kistenlack hab ich irgendwie nicht. Ja, ich hab jetzt ja nur das Blaue Schwert. Hab ich so ein Henry-Lack diesmal. Das ist ja auch ein Haus, aber ich wette, das wird schon geplündert von euch. Er ist schon da. Machst du mal ein Lagerfeuer. Ich klebe ein Dolch rum. Amuletski. Riesengroße Mapp. Er macht halt wirklich alles mit einem Schlag weg. So krass. Musst halt mal die Missionen spielen, dann kriegst du auch noch neue Charaktere, ne? Ja, ja. Habe ich gesagt, jede Free-Time gucke ich das hier. So mit dir dann mach. Musst mir Free-Time. Willst du aufnehmen? Ja. Ich hab noch nie gedacht, dass ich mal sagen werde, dass ich mehr als 20 Stunden haben mag. Tja. Willkommen in meiner Welt. Hm. Welcome to my world. Transmitting eine psychische Waffe zu all korrupten Sälen. Habe deinen Grund. Resistanz. Na, wenn es jemand anderes den Dolch machen würde. Ich will sie beide ausspielen. Ja, weil wenn du, wenn ich down gehen würde, so wäre kein Problem. Hol ich wieder, ja. Weil, sobald einer den Dolch fertig macht, dann allwähler da. Ja, das ist aber so gerade mal ein Blatt, also easy. Oh, er versucht mich mit Furcht zu catchen. Kann sein, dass er mich gleich übernehmen. Fälzer. Okay, bin da. Bräuchte es irgendwie noch, dass deine Heilung die Furcht lindert. Das wäre halt richtig geil. Ja, mach doch mal. Ja? Ja, ja, guck mal drauf. Ich bin ein bisschen Furcht linderung. Ich bin wieder geschockt, Weger. Spiel mal. Warte, der Klo ist wieder. Ah ja, geil. Okay, das ist ja mega OP. Schiel dich und mach dir den Furcht lindern. Das ist ja mega OP. Geil, ich trinke halt einfach nur einmal und ihr seid alle wieder voll. Unfair sein Großvater. Oh, alright. Finish, Tim. Der wird 10, ist er erst. Guck mal hier. Schwert burnt. Ich kann 7, komm, was ich inzwischen wische. Hey, jetzt. Da hab ich so schwer eigentlich fast schon verschwendet. Oh, das schockt da mich wie mies. Ah. Das wird was. Wir klären mal am Heel an der Mitte raus. Das, was er hier spielt, ist ja der Puppet Master. Und der soll der stärkste, ähm, Sturke sein, den man spielen kann. Okay. Sieht man. Wenn du den richtig skillst, bist du richtig OP. Weil der Blitz-Typ kann dich quasi entnustan. I call this one the Ash-Gash. The survivors now hold the lost pages of the Necronomicon. Our world is a step closer to salvation. I discovered my new favorite beverage. Revolverly. Let's go to the Dolch. With the car order, with the out. I don't need cars. Okay. I have very strong feeds. Strong feeds. Strong feeds. No lootie hier. Ich glaube, ich war hier auch drin, oder? Ja. Ich glaube, hier war ich drin. Legendäre Großachs. Ich jocke jetzt rüber zum Dolch. Mein PC wird wieder super heiß. Oh, like you. Er passt sich nicht an. Ja. Er schwitzt ein bisschen für euch da draußen. Ja. Er will Leistung zeigen. Und YouTube. It's getting hard in here. Mhm. Ich muss nämlich immer wieder erwähnen, wie ich schon gemerkt habe, bei dir, dass die Leute mal von YouTube auch rüberkommen für Twitch. Und die Leute von Twitch und sonst von YouTube auch auf dem Zweitkanal mal Hallo sagen. Ja, das musst du wirklich predigen. Das musst du den Leuten predigen und immer und immer wieder sagen, Leute, guckt doch mal. Mhm. Ihr könnt noch mehr Content gucken. Noch mehr. Wie geht's? Ich nehme keine Fischke Jumpscared. Übernimmt mich gleich. Außer du machst jetzt hier ein Ding. So eine Angstlinderung. Ja, aber dann machen wir euch ein bisschen. Das soll er machen. Demn bisschen kommt. Ja, das hat er mich erwartet. Ich bin sehr unangenehm. Ja, was macht er mit dir? Nix. Aber wenn ich zuhau, tut's weh. Ja. Ja, ja. Das batscht. Das batscht. Einfach weglaufen. Brauchst du nichts machen. So doof. Easy. Ich soll hier noch die Strings mitnehmen. Er hat halt so einen Allrounder. Er hat von allem irgendwie das. Real ugly. Warum hat er noch ganz schön viel Fokus für das Game immer wieder? Ich versuche immer wieder auf den Chat zu schauen, aber... Ja, man muss schon dranbleiben. Mhm. Hier rumdödelt, verliert, ne? Ach, diese Schocks sind sich drin. Da hat der kleine Felzer Angst. Ja. Die Idee, wo sie mal. So. Ab zum Dolch jetzt. Komm schon. Ihr Hacking Deck. Hey, der dodged. Macht er das jetzt auch grad hier mit dem Undersüchtigen jetzt ein bisschen im Nebel? Nee. Komm jetzt richtig zu, ne? Den auf drei Meter, Void. Ich mach hier grad mal ein Feuer. Ich hab sowieso genug. Gibt's hier ne Wette oder was? Gibt es jetzt live auf Twitch irgendeine Spaßwette? Das ist ja gar nix. Ich hab voll die Suppe, wo wir hier durchlaufen, ne? Mhm. Aber wir haben hier viel Feuer, ne? Weil du magst. On Guard! Mann, hätte ich jetzt mit dem hier ein legendäres Schwert, Gott, ich wäre so gottgleich. Bambus, Bambus hier. Was ist das hier? Lol, der Typ hat eben gerade seinen Kopf abgerissen und in meine Richtung geworfen. Was kommt denn hier? Live-Spaßwette? Ich dachte, das ist ne echte Wette. Es geht nicht um Seelen. Ja, der Grill selbst fehlt noch. Nein, wir vergrillen nicht Grillfleisch im Wert von 600 Euro. Oh, der Grill fehlt und... Weiter benommen. Das war ein schwerer Schuss. Du musst eigentlich jetzt gleich wieder wüdel sein. Jo. Ich hau noch ein 2-3-mal auf dich ein. Nur auf nur mal sicher zu gehen. Do it. Ja, gleich kann er mich übernehmen. Ja, das ist schon gleich gepackt. Wir haben erst angefangen, das weißt du, ne? Remain close to ensure its collection. Achso, ja, ja, schon klar, aber... Was passiert denn so viel? Ja, es wird dringend in die Runde. Das steht um. Okay. Dann aufgegeben? Jo. Dem gerade stand auch nur da. Ich hab'n einfach niedergemetzelt. Vielleicht sammelt er gerade Energy und übernimmt mich halt gleich. Also, wenn ich eher wäre, würde ich so machen. Nein, er ist mit seinem Dicken da. Okay. Coming. Oh, da geht noch. Ich seh. Oh, läuft. Ja, schon weg. Haben wir hier die göttliche Flamme. Tange luden. Fälzer looted die Tanke. Wir machen hier die Seite. Ja, ja. Organisieren wir sind hier für den Entwein. Das ist halt echt ein OP-Charakter, muss man sagen, ne? Ich bin zu wenig, jo. Ah, toll, der explodiert. Uff. Aber es gibt so wenig, ey. Wo ist denn immer was du? Oh, oh. Der wird nicht mehr übernommen. Sag mir, du bist raus, da komm ich gut dran. Oh, ist gerade, haut er gut rein. Er teilt auch so, ob ich kriegst hin. Alter, Hauptfeld-Bäbel, der ballert. War am Spot. Bin bei dir. Geh licht. Was? Ich geh weiter hoch. Dankeschön. Haupt dir. Hat er heute eigentlich schon einen Zug? Nee, ne? Der Feldwebel will einen Zug sehen. Huzo Sonntag. Die Kandarien-Dagger. Die Kandarien-Dagger. Gib mir sie ein Cola. Wann ich übernommen? Ich hab was in der Hose für die. Ich hab's doch einfach in die Kandarien. Ich hab's in die Kandarien. Ich hab's in die Kandarien-Dagger. Huzo Sonntag. Hauptfeldwebel kommt aus dem Nichts! Für den Huzo-Satan! Sind die anderen jetzt hier? Ganz unten da, ey! Was? Echt jetzt? Er macht hier mit ihm Turnaround? Ja, weil der mit euch beschäftigt ist, kann ich ein Auto fahren. Ja! Geh schon mal weiter. Naja, wir joggen auch. Guck mal, kannst du mich aufgrabeln, wenn du nicht auf der Straße vorbeifährst? Ja, coming! Kannst mich hier mitnehmen. Fahr mit meinem Kies schon. Scrabi, dankeschön! Mie, mie! Hauptfeldwebel hat immer was zu tun. Oh, es ist warm, ne? Ja, ich hab Lüfter direkt wieder Gas gegeben. Na, hallo Zombie! Ich würd sagen, 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 wir fahren warte mal. Stellplatz noch kurz. Wir haben vielleicht noch ein bisschen looten, ja? Ich hab halt echt wenig Level. Was rauskommt, ja? Mach hit, wenn du magst. Das ist eigentlich ziemlich nett. Nee, ich muss mit dem Schwert, glaub ich, spielen. Ja, willst du mein Applaus? Ja, ich hab Applaus. Und mach hit ist aber richtig gut. Ja, wenn ich mein... Ja, die ganze Zeit geht doch mal weg hier, boys. Das ist ja gar keine Ruhe. Ja, genau. Verlegt. Mal, bis die anderen kommen müssen. Mal, so ein bisschen looten hier. Lass mal Feuernchen auch machen, oder? Wenn du noch Cola findest oder so. Ja, komm auch mal. Oh, das ist der Dicke. Wow, 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 wow. Wow. Dark Souls Zombie, dankeschön. Ich bin down. Ich bin down. Hab mir einmal nicht hingeguckt, hat er mich direkt geschleckt. Da weg? Nee, nee. Das ist ja hinten, aber kann auch Fernkampf, beeil dich. Warte, ich will dich. Ah, geht eigentlich. Das ist ja relativ voll. Lass ihn einfach da unten stehen. Nee, das ist ein Boss, das ein Blatt machen. Er nervt so mich den ganzen Teleport Scheiß auch. Oh, der Possessor. Schock. Hab ihn. Ja, lauter. Ach, da kommt noch ein bisschen was Kleines hinterher. Dark Souls Zombie und SPN Ruby, dankeschön. Dankeschön. Oh, ich werde übernommen. Vorsicht. Bei dir. Lauf einfach. Oi. Mit der Machete. Heißt das, fuck. Alter. Schnell. Alter ist sie schnell. Warte, 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 ich mach hier Feuerchen. Ah. Ah, ich bin halt ein ganz schöner Feiger, Mann. Ja, ich bin ganz schöner Feiger, Mann. Ja, ich bin ganz schön. Ein Feiger-Ritter. Ich bin ganz schön feige. Ah, der macht schon... Ah, der ist Level 31, Uf. Mhm. Wann ist der denn so krass eskaliert, der Kollege? So. Wir sind nicht zufällig irgendwo noch ein paar coole Sachen. Spiel. Ich heb aber extra gut auf. Frau Blitzi. Jo, 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 ja, ich merks. Mal kleiner. Da. Wo sind die Großen? Damage. Gib, 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 gib. Oh, no! Das ist der Weg. Digga bei mir. Ja, warte, ich mach grad mal runter. Ich komm. Dann coming for the shit. Dafür besteht, sagst du. Ah, der pusht mich gerade weg. Aber geht nicht noch hier. Was ist alles mit Klinischer? Die Blitzi? Ja. Mit dran. Nein. Come, last one. So, wenn du ein bisschen mit Kopf spielst. Äh, ja. Macht aber nichts mit dir. Ja, oder ne, hat mich immer noch nicht. Ey, deine Machete ist so schnell, ne? Ja, du kommst ja mal zum. Nee, kommst echt nicht. Ich finde, zum zu. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so, so. So, wenn du ein bisschen mit Kopf zum Spiels hat der Typ eingestellt, so gut wie null Chancen. Außer, der spielt selber ein bisschen mit Höppchen. ich hab mir ja auch auf gesicht an ich habe irgendwelche buffs unten in meiner anzeige ich hab schwert muss der schwert und irgendwas frei ja anführer bringen buffs mit hat irgendwas von mir sein ich hab mir den noch nicht so ich bin fast down ich bin gerade mitten im fight jetzt sag ich kann nochmal heilen ja das ist gut ich habe auch gehalten alles easy muss man dicker hier oben fällt es eigentlich relativ geil weiter wie viel sport denn hier schon wieder ganz dicker damit wir hier noch an der seite ganz viele dicke aber wir haben eben noch ein paar sekunden ist vorbei bei der ist auch erst level 1 mein könig hier erstmal ausbauen aber ich glaube der ist richtig strong wenn das mal drauf hat das ist aber so ich feiere jetzt eigentlich hier den nahkampf schon einiges mehr jaja die besten streamer gewinnen halt leute ja der chat ist traurig weil wir gewonnen haben haben die dagegen gewettet ja natürlich natürlich ist unser chat ihr unwissenden so max der mensch mal wieder rausgebuddert so freunde seid live dabei auf twitch könnt ihr mehr sehen bewertungen tut nicht weh bussi bussi tschüss tschüssi 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 tschüssi